Bei Esterhase werden rund 40 Hektar Christbaumkulturen im Bezirk Hauber-Bullendorf bewirtschaftet. Diese werden nicht regulär, sondern nach dem Prinzip von BFC bewirtschaftet. Sprich, BFC steht für ökonomische, ökologische, soziale und nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern. Esterhase wurde somit auch 2016 mit dem BFC-Award ausgezeichnet und ist seit 2015 Mitglied des Burgenländischen Christbaumforenz. Unsere Verkaufsstandorte befinden sich vom Mittleren bis ins nördliche Burgenland. Die wichtigsten wären im Schlosspark in Eisenstadt, im Bezirk Hauber-Bullendorf in Stob Süd, im Schloss Lackenbach sowie in Trausdorf bei Menggut. Viele weitere Verkaufsstände finden Sie natürlich auf unserer Homepage. Als besondere Service gibt es seit 2016 den fahrenden Christbaumhändler. Dieser taucht als sogenannter Pop-up-Store in Ortschaften auf, um Christbäume zu vermarkten. Mit einem Kauf eines Esterhase Christbaumhändlers unterstützen Sie das wichtige Prinzip der nachhaltigen Bewirtschaftung von Wäldern. Besonders Stagonist